So, willkommen zurück zu Harry Potter Let's Play und der Steiner Reisen. Und wir gehen einmal auf dieses Feld. Und dann haben wir diese beiden hier. Gehen einmal zurück. Und damit haben wir das ganze Teil von Reisen und den anderen verziegelt. So, das war Stage 1. Stage 2 ist nicht so leicht. Habe ich gerade schon gemerkt. Fangen aber auf weiß an. Gehen rüber. Hier gibt es noch. Hier gibt es noch. Ich fahre runter. Ich fahre runter. Doch, verdammt. Der Bau ist ja erst gewesen, hätte etwas geschafft. Aber leider nicht. Okay, gehen wir einen vor. Ich fahre runter. 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 Das war mega gut. Das war mega gut. So, krass. Das war mega gut. Das sei jetzt doch auf die weißen Felder. Schnee kann. Mehr, mehr, mehr. Schwer. Wie ihr seht. Aber alles kann man schaffen, wenn man will. Ich muss noch ein bisschen biegen. Wenn man das einfach besser bekommt. Auf jeden Fall nicht so. Meine Fresse. Wie oft euch das weg geht. So. Dann gehen wir mal. Genau. Über diese Seite. Vielleicht gibt es da mehr. Jetzt kann ich ein bisschen. Weg setzen. So. Hier. Jawoll. Das klingt gut. Im Prinzip werden sie spielen jetzt hier hin. So. Dann kommt der Autoschein. Zweite Partie. Zauberschach gewonnen. Super. Nächste Ebene. Und die letzte natürlich. So. Dann gehen wir hier. Da ist die Königin. Und der König. Auf geht's. Das war's für heute. Das hat leider nichts gebracht. Wir wissen auf jeden Fall wie wir die ersten zwei besiegen. Und das machen wir jetzt nochmal. Sorry für die Verzögerung, aber ich habe das so lange nicht mehr gespielt. Ich kenne die Taktik einfach nicht mehr, die ich damals benutzt habe, um die Zauberschaft zu gewinnen. Aber hey, wir haben die dritte und letzte Dungeon. Aber im Prinzip in der Indie. Das nächste Rätsel besteht... Ich habe die meisten der... Jetzt musst du... Oh, run! Harry, sei vorsichtig! Du musst die Figuren dazu... So, dann wollen wir wieder hin. Ich hab mich jetzt auf den Boden aus. Ich hab's nicht zu. Ich hab's nicht zu und es fehlen. Es tut mir ganz gut. Der Fall ist nicht zu, was ich hier, weil ich es wurde. Das war's für heute. So, und das war's mit dem ersten. Die zweite. Die zweite. So, und jetzt im Prinzip in der zweiten Ende. Machen wir einen Cut und wir sehen uns nachher wieder.